Herzlich willkommen meine Damen und Herren, ich bin ultimativ triggert. Maxim ist most annoying Mensch ever seit wir dieses Spiel spielen. Ich weiß nicht, was bei dem Jungen falsch gelaufen ist in den letzten paar Wochen, aber holy shit, heute müssen wir uns rächen, weil er ist halt, ihr versteht, Maxim normalerweise ist ein anstrengender Mensch, aber ein lieber Mensch. Und dieser Maxim ist halt kein anstrengender Mensch. Er ist einfach nur ein insaneer Pro-Player. Ist einfach most worst shit ever. Kack, doch nicht kack. Ich mag ihn, aber nicht mehr lange Mensch. Ich mag ihn, aber please kill him. Please kill him, Alter. Please kill him with fire. So, der Start, den haben wir natürlich in den Sanz gesetzt, aber das sind wir mittlerweile gewohnt, da müssen wir uns jetzt auch nicht groß wundern. Zack, Randa. Irgendwie, wie cute man denn Befehle? Also mit Shift scheint es nicht zu funktionieren. Bei mir funktioniert gar nichts in die Richtung. Ich habe da auch was gelesen zu, aber nee. Maxim hat übrigens mir am Anfang der Sendung wieder Sendung, ne? Am Anfang der Sendung hat er mir mal schön erzählt, ja, ich habe mir ein paar Pro-Pardien angeguckt und die machen das so und so und ich denke mir so, Digga, was? Ja, ich bin schlau. Nee, du bist einfach süchtig. Du bist halt absolut edicted. Mein Schaf ist im Wald und kommt nicht raus. Ein guter Start sieht anders aus. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Da kann ich nur sagen, Logan. Rogan. Ich meine, das Ding steckt wirklich einfach fest. Aber das ist aber auch eine krasse Tundra hier. Ich habe hier für den Map ausgewählt. Ja, krasse Tundra finde ich auch, ja. Ja, ja, Tundra, Tundra. So, jetzt mach das Scheiß-Ding weg, ey. Ich kriege zu viel. Das Schöne ist, dass Maximstar, der scheint aber noch beschissener war. Das beruhigt mich. Okay, du hast jetzt ein kleines Vorteil, aber ich habe ein Haus vergessen. Schön. So, Gusta, Gusta, Gusta. Sie müssen Häuser bauen. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Es ist einfach, es ist einfach schön in meinen Ohren. Aber das Haus geht ja ungefähr in einer Sekunde. Eine Sekunde fertig. Ist mit allen deinen Arbeitern oder was? Fokus it! Kill it! With fire! With wood! So, okay, da ist ein Wolf. Den Deutschen wieder gekonnt. Also, dass das Schaf fehlt, ist halt wirklich ein dummer Nachteil. Einfach eine Beleidigung. Ich meine, warum ist es nicht da? Warum spawnt es im Wald? Weil das der natürliche Lebensraum von Schafen ist. Der Wald. Oh, Dunje, oh Dunje. Tschak, du komm. Bin ich eigentlich nochmal für eine Nation? Ah, nee. Oh, die Wölfe, die gucken, die schielen immer so ein bisschen zu meinen Jägern. Was ist das hier? Da? Wirklich da? Alter. Mach deinen fucking Job! Ja, ja. Ja, Juni. Ah, ich hab mir aus Versehen mit eingetickt. Dann kann er gar nicht so viel dafür. Wie, habt ihr das jetzt nicht abgeliefert? Ja, parm. Oranger. Ah, er hat jetzt einen leicht weiteren Weg als geplant, aber das jetzt nicht so wild. So, dann wollen wir was machen. Es ist nicht so wild. Maxim, wenn du sowas Richtung... Was ist das hier eigentlich für eine Map, dass die da ist wie die übelste 101 Arena Mode? Ja, die sieht übelst klein aus. Ich finde die auch relativ winzig. Sie wirkt halt übel winzig. Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung, das Ding, aber das ist ja auch was Schönes, ne? Boah, Alter, die haben den Baum einfach komplett weggemacht. Ja, eher rechtsklick. Okay, puh, kein Pei, Alter. Irgendwie sowas hier. Achso, ja, gut. Ich bin ein bisschen nah dran, du bist an mir. Alter, das ist die ganze Zeit so ein kackt. Arbeitslose Arbeiter. Ja, in dem Moment, wo du das sagst, krieg ich auch mal drauf. Alles blingt rot. Das war jetzt eigentlich noch nicht mein Plan, aber ich meine, wenn man es hat, hat man es, ne? Das ist jetzt euer Problem. Das ist das Problem, deswegen hat man es normalerweise auch nicht. Ja, gut, okay, das hätte ich mir denken können. Aber shit happens. Aber shit quäbens. So, na gut. Könnt ihr das scheiß Schaf mal freimachen? Alter, bau das Haus so, töte dich. Alter, das ist halt... Wir sind echt nett zu unseren Einwohnern. Nee. Bau das so echt kirchlich. So, zack. Oh, dun, jör. Okay. Sieht doch gar nicht so schlecht aus bisher. 49 Nahung. Ich will... Okay. Dann machst du das hier, glaube ich. Okay, du machst das und du... Dann machst du den hier. Und du gehst da hin. Du machst das. Die Truppen kann ich da hinlegen. Ja, Truppen! Na klar! Immer dieser Moment, wo wir so ein bisschen übertreiben. Ja, da verrät man mehr, als man sollte. Mein lieber Johnny. Das ist halt einfach schön. Nein, das ist einfach nicht schön. Warum denn nicht? Das ist auch dann jö, das. Und auch dann jö, da gab ich noch nicht genug Holz für. Verglich, du hast Holz-Probleme? Max, ich lüge halt nur, ne? Aber es ist echt... Es ist halt Edikte. Ja, du bist halt einfach nur Schlangenzunge, Junge. Ich kann dir nicht draus. Was passiert denn eigentlich, wenn hier alle Felder weg sind? Also ich meine, alle Büsche. Gute Folge. Das ist ein dozentes Problem. Ja, hör auf, meine Leute zu hauen, ey. Lass sie doch einfach nur ganz normal ihren Scheiß machen. Gut. Also ich hab was getötet, Junge. Oh, du, jetzt greifst du meine schönen Felder auf. Du hast gesagt, ich soll die Leute nicht angreifen. Das hab ich mir ja zu Herzen geheben. Felder, Leute, da gibt's keinen Unterschied für mich. Okay, so einer bist du also. Genghis Khan. Ich weiß nicht, was es mit Genghis Khan zu tun hat, aber ja, ja. Genghis Lan, Junge, Genghis Lan. Das, was der sagt, noch nicht im Dummen. Warte mal, was machst du? Ach, ist der wirklich, hat der wirklich? Alter, ich hab keine Ahnung, wovor du redest. Ich hab mal aufzureden. Ich glaube, mein, äh, mein berittener Dude hat First Blood errungen. Wirklich? Ja. Bei mir? Natürlich. Das habe ich nicht mitgekommen. Ich bin, wenn deine Leute abgeschlachtet werden. Mein Dude, der gegen alle verliert, bis auf Arbeiter. Oh, ich hab's echt verpasst. Krasser Typ, Alter. Hat er sich gewehrt? Ja, ja, der hat mir die Hälfte da abherbeschlungen. Das war einfach eine Frau mit Rock und die sagt sich, ich fick dich. Du hast ein Pferd, ich hab ein Pferd, ich muss nur auf ihn laufen und würde ihn besiegen. Aber nein, Speer sagt so Hardballs. Ja, ist das wirklich wahr, oder? Ich meine, die sind ja wirklich terrible. Das ist halt einfach schlichtweg beleidigend. Ach, wirklich? Da ist einfach eine Einheit, die sich perfekt hinterm Haus versteckt hat. Oh ja, ich glaube, irgendwie Punkt und Komma oder sowas kann man da machen. Den fick ich. Aber krass, dass der Standardmodus ist, ich wehre mich, bis ich kotze. Ja, die sind doch echt, äh... Die sind ja einfach nur verrückt in ihrem Scheißhörn, Alter. Alter! Ach, Maxim. Kriegst du jetzt von nicht mit, wenn nicht deine Leute abgeschlachtet werden? Okay, du willst also nicht in der Feuchtatzeit. Warte mal, wieso krieg ich keine Ahnung? Was bin ich? Ich bin Türke. Warte mal, ich bin Türke keine Einheiten als einzig, oder? Ja, warum? Was ist denn das Problem? Ich bin in der nächsten Zeit und kann keine Bogenschützen bauen. Wirklich? Oh nein. Dann wirst du jetzt mit überziehen Männeln überrannt. Alter, Maxim. Was ist denn für ein System, ey? Hätten gutes, ne? Das ist überhaupt nicht gut. Das ist ja der Partium, ist das. Ich weiß immer noch nicht, was das heißt, ne? Ich auch nicht. Just saying so. Nur für unsere Diskussion hier. Setz mich nicht unter Druck, wenn ich nicht verstehe, dass das irgendwas krasses ist. Warum steht ihr auf, Karo? Warum steht ihr auf? Wer bist du überhaupt? Und warum stehst du da alleine? Ja. Gut, ne? Alter, wenn diese scheißverfickte Schubkarre fertig ist, werde ich sowas von Arbeiter produzieren, ey. Wie viel hast du denn gerade? Ich hab 300. Ich hab 300. Hm, don't talk with me like this. Aber was für Einheiten soll ich denn jetzt produzieren? Tja, da hättest du mir auch vorher drüber Gedanken machen sollen, ne? Ich hab übrigens das beste Seefahrer-Volk. Das hält. Okay, das ist deutlich witziger als mein Problem. Nein, ich hab keine Einheiten, aber du bist ein Seefahrer auf einer Landkarte. Und vor allem auch noch Zufalls-Landkarte mit Zufallstation und ich, guten Tag. Ich wäre gar nicht useless. Du brauchst einfach Boote in irgendein Feld rein. Jo. Kann ich dir auch an Land bauen und dann... Halt jetzt zwei Arbeitslose. Sofort töten. Radikal. Ich bin's radikal. So. Also, nee, doch. Jetzt hab ich's auf jeden Fall immer wogen, schützen. Hä? Ich glaub, du bist einfach echt dumm. Ah, mir hat die Kaserne gefehlt. Ich hab jetzt erst Kaserne gefehlt. Okay, ich bin geistig zurückgeblieben, Kinder. Also, ich meine so wirklich. Aber jetzt halt ohne Spaß. Ich hab halt keine Ahnung. Keine Ahnung. Was kann denn? Ich glaub, Türken hat irgendwie so Gewehr-Boost. Kann da jetzt irgendwer hin? Oder ist da... Okay, du bist... Boah, machst du nichts? Boah, boah. Warum hab ich so viele arbeitslose Menschen? Du wolltest irgendwas anderes sagen, was viel mehr Schaden gemacht hat. Ja. Ja, schon. Aber wenn du gesehen hättest, was ich hier sehe, dann hättest du das auch gemacht. Das ist das Grauen. Hä? Was ist los? Nichts, ich dachte, ich schreie einfach mal und guck mal, wie du reagierst. Häuser! Ich brauch Häuser. Leute, Gold ist jetzt nicht so wichtig. Baut einfach nur alle Häuser. Oh, Mann, nicht geguckt! Oh, Mann, nicht geguckt! Anfängerfehler. Oh. Möchten die Häuser hier nicht so punishend. Wie eine schlechte Wirtschaft, die ich normalerweise gut schon kenne. Ja, warte mal, ihr geht jetzt mal alle da hin. Dann brauchen wir hier noch ein paar. Dann gehen wir da hin. Okay. Okay, machen wir das. Dann machen wir das. Dann machen wir das, ja. Okay. Ihr geht jetzt alle dorthin. Ihr macht so viele? Krass. Ich versuch's mit ein paar. Womit hab ich denn die alle geholt? Wieso hab ich Befiederung gemacht? Ich hab mich schon gewundert, warum ich das überhaupt forschen konnte. Be-was? Befiederung. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Was mit Fieden? Gut, ne? Good luck jetzt nah. No, mo, mo. Okay. Ah, das war ja schon das letzte Mal der Fehler, ne? Alter, hier steht einer dumm und macht einfach Breakdance, ja. Oh, okay, 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 okay. So, bist du also. So, Häuser. Oh, ich hab die einheitlich benannt. Ich benenne sie doch Inter. Ich meine, ich hab jetzt auf eins gespammt und mein Ritter sagt, Hallo, ich hab noch fünf AP, mir hätt dir auf jeden Fall nie helfen. Ah, Maxine, ne? Ist aber auch hier schon wieder anstrengend mit dir. Das ist halt wirklich anstrengend. Also nicht so anstrengend wie das letzte Mal, weil diesmal bist du ein bisschen weniger abfuckend. Aber ich bin schon krassfuckend. Bin trotzdem gut, oder? Häuser. Aber ich bin schon krassfuckend, oder? Ich hab doch Häuser in Auftrag gegeben. Häuser. Häuser. Aber ich hab doch Häuser. Ich hab doch wirklich Häuser in Auftrag gegeben. Ist da. Dann müssen wir hier noch irgendwas machen. Ich muss hier auf jeden Fall noch da was machen. Also hier werde ich auf jeden Fall noch was machen. Und da mach ich 100 Pro Aufsachen. Boah, Alter, mein Ritter ist hier völlig am Abtränen. Ich hab den Fall verschont, weil ich mich erschreckt hab von dir. Ah, so dumm bin ich. Aber das Prinzip hab ich jetzt schon wieder nicht verstanden hier. Warum wollt ihr nichts machen? Warum macht der nichts? Warum, warum, warum? So viele Fragen. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Kann ab und zu ein bisschen useless sein? Das kenne ich jetzt auch von Maxim, aber... Dass wir das so hauptberuflich machen wollen... Hauptuse. Hauptuse, useless. Hauptuse, useless. Okay, okay, okay. Nicht besser, ich bau dich mal nicht. So, okay. Das haben wir auch. Jetzt müssen wir noch das Gebäude bauen, weil das einer der wichtigsten Gebäude im Spiel ist. Ich glaube, wenn ich das habe... Ja, aber diesmal lösen wir das Problem einfach auf eine andere Art und Weise. Ja, ich hab, ich hab, irgendwie fehlt mir, also Maxim hat ja einfach seine dümmste Taktik der Welt so. Ich spamm einfach, einfach Johnny tot, bis er hat den Bock mehr. Ich spamm ihn einfach tot mit fucking Range-Tribot-Wichs-Dingern. Wichs-Böller. Aber ich muss mir ja auch überlegen, was ich dagegen mache und das ist halt wirklich für mich kompliziert, weil es ist halt das... Ich verstehe ja nicht, was die Antwort darauf ist. Vielleicht bin ich da einfach retarded, wahrscheinlich bin ich retarded, was das angeht. Aber das ist halt wirklich etwas, wo ich immer noch nicht weiß, ey, was mache ich dagegen? Oh, okay, interessant. Ich gehe einfach in dein Dorf, stelle mich neben eine Frau, die gerade ein Haus gebaut hat und danach nichts tut und die ist einfach mit einem Pfeilhaken erschossen worden aus einer Entfernung von einem Meter. Das ist halt echt nicht nett und dass du dich damit auch noch brüstest, sollt. Das ist halt wirklich nicht nett, Alter. Ist er wirklich? Aber wie ich geschrien hat, war 10 von 10. Ein bisschen verstörend. Ein bisschen verstörend. Könnten die vielleicht nicht da reinrennen? Das wird dauern, Maxi. Ich weiß nicht, ich glaube, ich... Gebt meinen Truppen auch mal Zeit, sich zu verwirklichen. Du hast einmal irgendwie einen Arsch auf. Ja, das wird wirklich lange dauern. Oder, ich weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ja auch Kessere Rombado oder so. So, also die Idee hatte jetzt irgendwie, dass das jetzt mal überhaupt nicht funktioniert bei mir. Ja. Alter, wieso kann ich nicht forschen mit Kurztasten? Kann alles... Dorfbewohner kann man auch nicht mit Kurztasten machen, Alter. Doch, kann man. Nee. Na doch, du musst das Hauptgebäude aussehen, dann kriegst du A oder so. Ja, aber halt nicht Q. Nee, Q nicht. Da wird auch noch drüber geredet, wie cool das ist, dass es geht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Was ist denn dieser komische Ring? Der Ring ist broken. Nein, du weißt nicht, was ich meine. Doch, das ist der Ring, der Bogenschütze 100% Treffsicherheit gibt. Ich meine, du bezeichnest mich als Lava, Lava-Made. Ich meine das ernst. Ja, 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 klar. Okay. Okay, dann gehe ich... Also wenn ich das jetzt finde. Ja. Und es ist aber nicht da. Was machen wir da? Es ist da. Ich weiß es. Du bist halt einfach nur ein Kessere. Messere, das ist doch das Problem. So, diesmal... Oh, ich hab schon wieder keine Häuser. Also das mit den Häusern ist wirklich der absolute Todes-Week-Spot bei mir. Aber ich meine, wenn man keine Häuser hat, was macht man da? Man forscht. So. Jetzt kann ich mal gucken, was der Ring macht. Wow! Der Ring macht wirklich das, was du gesagt hast. Oh, da bin ich auch überrascht! Krass! Das ist einer, den ich ja gar nicht kriegt, oder? Das ist aber Ding! Wow! Wuhu! Das ist aber... Das ist aber ein Ding. Das ist wirklich schlau gewesen von dir. Ja. Bin irritiert. Bin ich. Aber du bist halt auch Johnny, aka Johnny. Gib mir jetzt mehr Holz, du... Ich werde schon wieder beleidigen. Du bist die ganze Zeit beleidigend. Ich verstehe gerade meinen... Es ist schon wieder fucking nervig hier. Ah, da oben. Okay. Ich weiß ja wirklich nicht... Es ist halt einfach meine... Was ist los? ...kürste Schwäche, dass ich einfach dumm bin, glaube ich. Ja, das hätte ich dir aber auch... Ich glaube, ich verstehe wirklich einfach die Grundmechanik nicht. Aber das sind ja auch Dinge, die kann man ja in Zweifel zwar noch schnell ändern, aber... Warte mal, ist das nur? Ich weiß nicht, ob das dafür ist oder nicht. Ich glaube, grundsätzlich kann ich erstmal das machen. Und dann machen wir hier. Hier machen wir uns dann. Ja, das holen wir jetzt da. Machen wir es jetzt doppeln. Das machen wir hier. Das werden wir hier hin bauen. Ja, das ist jetzt eine sehr gute Idee. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Also, wenn ich das jetzt nicht schon längst gemacht hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich übel gerade. Okay, dann machen wir das da. Alter, wie kann man das kaufen? Okay, und dann... Du bist schon wieder am Faulenzen, ne? Hab ich mir auch schon gedacht, dass du das machst. Du machst das. Du machst den. Du baust hier noch ein Feld. Du gehst da hin und dann da hin. So. Okay. Wo ist der nächste faule Idiot? Wo ist der nächste Jonny? Ich weiß nicht, ob der Plan so aufgehen würde, wie ich mir das vorstelle. Määääh! Määäh! Alter! Du willst mich verarschen! Was denn? Diese Häuser! Gut, ne? Weil jedes Mal, wenn du Häuser schreist, baue ich dann Häuser, weil ich wegen Jeteren denke. Alter. Hab ich hier keine Dinger mehr geqt? Ah, jetzt hab ich hier für einen Arbeitslosen rumstehen. Wie kostet das denn Holz? Kann ich das einkaufen, oder? Ei! 130. Ei! Das ist ja unbezahlbar. So, machen wir das hier, aber jetzt kann man auch nicht. So, wir können ja gar nichts! Junge, gib mir jetzt Holz, please! Ich schenke dir nichts. Verzweiflung ist da. Aber dadurch, dass du schon wieder so viel Holz brauchst, ist ja auch wieder klar, was du machst, ne? Dasselbe wie du immer machst. Ich mach einfach viele Felder. Hm. Weiter, dass das Bullshit ist. Nein, nein, nein. Ich bin Maxim, du bist Johnny. Alles ist gut. Gut. Wir müssen alles so normal halten, wie es geht. Oh nein, macht ihr immer noch den Auftrag? Nein. Ihr macht immer noch Häuser, ne? Ihr werdet euer ganzes Leben lang Häuser machen, ihr Schweine. Ja. Okay, Alter. So was dafür können, dass du einfach ein Planungs-Krüppel bist. Das hab ich nicht hierhin gemacht. Ich bin ja ein übelster Fuchs. Der Wolf, der klingt überhaupt nicht freundlich. Nein. Der Wolf klingt überhaupt. Der knurrt ja so, wenn du in der Nähe bist. Alter, ich hätte jetzt schon sechs Mal Imperialzeit gehen können. Sechs Mal. Entschuldigung. Entschuldigung. Es mangelt mir halt wirklich an Holz. Es mangelt mir wirklich ausnahmslos nur an Holz. Mhm. Klar. So, was kann ich hier machen? Ja, ihr werdet jetzt euer Leben in den Holzminen verbringen. Ist ja vielversprechend. Holzminen von Mordor. So, geh mal da hin. Mach das, Alter. Lüder Ding und weg damit. Ja, das ist jetzt in 2.2. So. Mehr Holz. Hm. Sieht nicht schlecht aus grad. Wir verkaufen erstmal Holz, weil davon haben wir genug. Der Phantom. Du hast genug Holz, ne? Du bist so ein richtiger Holz-Maden-Mensch. Und Mensch ist jetzt wirklich hochgegriffen. Okay, Alter. Warum bist du denn so aggressiv heute? Ja, weil irgendwas stimmt hier nicht. Was? Was wollen wir denn hier bauen? Bauen wir das einfach? Ja, aber wir zu viel Holz haben. Okay, so. Wollen wir das klären? Klären wir das halt so. Wir klären das einfach mit One-Shots. Fokus-Feier. Alter, die Form kommen hier nicht durch. Guck mal, was hier passiert. Die Pfeilgeräusche haben sich auf jeden Fall zu meiner Zeit deutlich verändert. Ja. Warum, warum geht die Taktik nicht auf, dass ich dich mit total einfach überstelle? Ja, weil ich immer die doppelte Masse habe. Das sind... Nee, hast du diesmal wirklich nicht. Aber ist okay. Wir haben ja noch Entfaltungspotenzial. Das hab ich jetzt also besiegt. Alter, ich schwöre bei Gott. Ich baue jetzt hier eine Holzhütte hin. Und dann mach ich 60 Arbeiten. Oh nein, hab ich die gerade verloren deswegen? Oh! Dass die einfach sinnlos angreifen, ist ja das anstrengendste an diesem Game. Ja. Da muss ich dir auf eine sehr seltsame Autonleute zustimmen. Okay, also das funktioniert leider jetzt nicht wie er hofft, aber... Wie kann so ein kleiner Mensch so viel kosten? Ich kaufe jetzt alles mit Gold, Alter. Ich verkaufe mir jetzt meine Freiheit. So. Ich brauche jetzt hier auch so ein Holzding hin. Dann machst du das. Okay, das funktioniert. Ihr macht mehr Häuser. Okay, dann haben wir hier den Verlust nicht mehr davon. Okay. Okay. So, dann brauchen wir noch mehr Holz. Könnte ich hier noch einen davon machen, ne? Ah, das haben wir vernachlässigt. Mehr Holz! Machen wir jetzt mal das verkackte Holz. So, und ihr? Ihr habt jetzt hier genug davon gemacht. Kommt jetzt mal hier hin. Okay. So, und noch mehr Holz. Ja. Manche genug von dir, Junge. Holz. Was? Ich muss halt wirklich... Jetzt kannst du es nicht vorstellen. Bei mir Lex. Bei mir auch. Weil es geht wieder. Same. So. Alter. Alter, die Kanoniere machen... Also, ich meine, die Mindestrange ist sick, aber... Ist halt einfach dumm. Und ich dachte halt, das wäre die coole Antwort, aber das ist halt... Ich dachte, ich mache halt einfach Ritter und fahre halt damit drüber. Aber ich habe halt doppelt so viele Einheiten drüber. Du hattest nichts. Wir hatten dieselbe Punktzahl beim Kampf. Aber die... Einfach nur Fernkämpfer-Spam mit Fernkampfwaffen ist halt einfach broken. Ganz gut, ne? Ich weiß. Das ist halt einfach dumm. So. Ich muss hier auf jeden Fall bald umsiedeln. Oh, ne. Mir hat ein Priester einfach einen Tag... ...eine... ...eine Relikt in der Hand. Und ich hoffe, der hat irgendwie aus dem Relikt Gold gezaubert. Weil wenn nicht, dann... Mann, das ist halt wirklich dumm. Nein, doch GG. So, warte mal. Dann müssen wir hier ein bisschen weiter nach vorne gehen. Was ist der denn da? Ups. Was ist das denn für einer? Gold. Naja, das ist okay. Gold, Gold. Kriegen wir irgendwie hin. Na klar, verstehe ich es nicht. Da. Ich verstehe es aber wirklich nicht. Also ich verstehe nicht, was die Antwort darauf sein soll. Weil Ritter sind doch die Einheit, die quasi schnell dran ist. Ja. Aber die stürbt dann trotzdem einfach weg. Es ist halt einfach... Es ist einfach wrong. Es ist einfach wrong, Alter. Das ist einfach... Nein, nein. Ich verstehe es nicht. Ja. Da. Ja, Maxim, ich bin leider schon wieder Game Over hier. Aber ich... Ich... Ich brauche noch eine Revanche heute. Okay. Du bist ja noch nicht weg. Okay, eine Runde müssen wir noch machen. Eine Runde müssen wir noch machen. Die kommt mal wieder bei Maxim. Also die Revanche werdet ihr sehen, Leute. Maxim gewinnt die vierte Runde in Folge mit derselben Shit-Taktik. Ja, aber dieses Mal hab ich... Kanoniere, weil ich die Türke bin. Ich krieg die sofort... Geil! Freut mich übel! Ist ja taktisch voll die Abpassung! Leck mich!